Nein, das ist bei... Geh drauf, mach zu! Max, setz dich mal hinten drauf! Nach hinten nehmen! Ja? Du bewegst dich auf jeden Fall! Komm, hör weiter, die kommt! Ja! 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 Hey Max! Jetzt geht's auf der Verkleidung anstatt aufgehen! Ja! 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 So, jetzt! Hier, Petra, ist deine! Da ist doch noch ein Seil dran, oder? Mach das mal ab! Die Schlinge! Daniel! Hey! Petra! Brauchst du das Bein? Ja! Nein, nein, nein! Petra, was machst du? Komm, du hast eh schon nasse Füße, komm! Komm mal! Da sollen wir jetzt hier in die Stiefel laufen, ey! Jetzt zieht das Ding hier raus, Mann! Mann! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Ey! Hey, Mann! Alles steht da! Alter! Das ist geil! Was? Hier steht da alle an der Funktion! Der quillt sich da! Ja, ich hab mir doch keine Wattdose angezogen, um da jetzt rein zu springen! Bin ich doof, oder was? Okay! Geh runter! Wenn die an ist! Alter, geil! Ist die an? Ja, voll! Ihr steht da! Ja, Mann! Den nehm ich jetzt nicht mehr hinten drauf mit! Klar, Mann! Das ist ein Antifor, was du hast! Ja, ey! Eben! Ich will sauber bleiben! Guck mal! Ich lass meine Watthose doch nicht im Camp liegen, dass ich dann hier ins Matschloch reinspringe! Ja! Ja, da hast du unseren Gas! 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 Nein, da fährt er durch! Gut doch, guck mal! Geh! Hey! Oah! 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 Oas sind wir? Ich bin da gleich hin Ich glaube ich hab die Kamera an Für die roten Blink ist ja Gut wenn ich ja nein darf Das ist ja ganz schön Alter, wollen wir hier probieren? Ja. Krass. Und der E-Bahn. Da sind wir weit oben fahren. Was macht der damit abwächst? Ich hab mir total die Orientierung verloren, wir sind hier. Wir sind hier wieder am Anfang. Oder schein Panzersnick oder irgendwas kommt hier rein. Wollen wir doch wieder raus oder was? GONZILA 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 GONZILA